Fünf Fakten über Adam Sandler Obwohl ihn die meisten als Schauspieler kennen, begann Adam Sandlers Karriere als Stand-up-Comedian. Bevor er in die Schauspielbranche wechselte, trat er in Clubs und schoss auf. In den frühen 90ern war Sandler ein Teil des berühmten Saturday Night Live Ensembles. In dieser Zeit entwickelte er viele seiner beliebten Charaktere und Sketche. Adam Sandler gründete seine eigene Produktionsfirma namens A Happy Madison Productions. Unter diesem Banner hat er zahlreiche erfolgreiche Filme produziert, darunter viele seiner eigenen Projekte. Obwohl er oft für seine komödiantischen Rollen bekannt ist, hat Sandler auch in einigen ernsteren Filmen, wie Punch Drunk Love und Spanglish, überzeugend gespielt. Adam Sandler hat einen mehrere Filme umfassenden Deal mit Netflix abgeschlossen, der ihm die Freiheit zur Entwicklung und Produktion seiner eigenen Projekte ermöglicht. Dies führte zu Filmen wie Der schwarze Diamant und Mörderische Ferien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017